Wir sind in der Gegend zu lassen, mit 60 Kilogramm im Freistil. Die Begegnung zwischen Sachmet Acker, Adai von GK ist vorn. Und Süßdorf, den hohen Trikot, unser Lukas Tschechalowski. Und in der Rekordzeit in der ersten Runde 6 zu 0, Wertungspunkte, somit technisch überlegen, geht diese Runde an Lukas Tschechalowski. Und in der Runde 7 zu 1, 2 sind. Runde 6 zu 1, 2 sind. Runde 6 zu 1, 2 sind. Runde 7 zu 1, 2 sind. Das ist die erste Runde und das ist geil für Lukas Tschecherowski.